Die Dunkelheit weicht Es ist Ostern. Frauen sind auf dem Weg zum Grab. Trauer in ihren Herzen. Jesus ist tot. Doch da, der Stein ist weggeräumt. Es ist Ostern. Hier bin ich. Alleine und doch mit anderen verbunden. Verbunden auch mit Gott. Ich höre leise Töne. Ein Lied bewegt mich. Stimme, die Stein zerbricht. Kommt mir finstern nahe. Jemand, der leise spricht. Habt keine Angst. Ich bin da. Jemand, der leise spricht. 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 career grassy steht offen. Jemand, der leise schreiben. Jemand, der leise zeigt. Jemand, der leise spricht. Jemand, der leise spricht. Euer steht offen. Fürchte dich nicht, du bist nicht allein, du bist nicht allein. Fürchte dich nicht, Gott ist da, er sorgt sich mit, er weint über die Toten, er hält deine Hand, er führt ins Licht. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel zu den drei Frauen am Grab. Fürchtet euch nicht, klingt es in ihrem Herzen nach. Fürchtet euch nicht, kann das wahr sein? Fürchtet euch nicht, Jesus ist auferstanden. Fürchte dich nicht, so klingt es in meinem Herzen nach. Fürchte dich nicht, so klingt es im leeren Grab, in den Küchen, in den Wohnzimmern. In den Telefongesprächen, in den Altenheimen und Intensivstationen. Fürchte dich nicht, ein Stein zerbricht, Gott hat den Weg freigemacht. Das Grab ist auf, der Himmel steht offen und ich schaue nach oben. Fühle mich verbunden mit dem, was war und was ist. Fühle mich verbunden mit Gott. Amen. Frau, ein Fühle mich verbunden mit Gott. Theo Inselme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nehmen Sie einfach eine ganz normale Kerze, wie Sie sie zu Hause haben, zünden Sie sie an, stellen Sie sie bei sich auf. Senden Sie uns über Facebook oder per Mail ein Foto von Ihrer Osterkerze. Dieses Foto wollen wir heute Abend zusammenstellen zu einer kleinen Diashow und dann ins Netz stellen. So wird sichtbar, wo überall bei uns das Osterlicht brennt. Jesus Christus spricht. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Wir beten mit Jesu Worten gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Böden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Damit du dich traust, dich immer wieder neu auf den Weg zu machen. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Damit dir auch in der Nacht des Lebens die Hoffnung nicht verloren geht. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Damit du Tag für Tag deinen Lebensweg freudig gehen kannst. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!